Auf die Fürbitte des heiligen Bischofs und Märtyres Blasius bewahre dich, der Herr, vor Kopf, Hals und Nervenlein und allen Krankheiten dieser Zeit. Und so segne, behüte und begleite dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Pfälzerinnen und Pfälzer, heuerisch alles anders, Corona-bedingt. Wir haben jetzt gerade den Blasius Segen gegeben, den letzten in der Kirche. Ihr habt das Gäckelleiten gehört. Ja, und jetzt fängt der Fasching an. Der Jackel wird ausgegraben. Ich denke, dem tut das Corona nichts. Aber was halt ist, dass wir Abstand halten müssen und dass so die vielen Festeln nicht stattfinden können, wie wir es gewohnt sein. Aber über das Internet ein bisschen beieinander sein. Oder auch noch mit dem Handy euch einmal zusammen telefonieren. Oder über Facebook dann die verschiedenen Veranstaltungen anschauen, die vom Fasching her sein. Natürlich lade ich euch auch ein, in der Kirche mit dabei zu sein. Wir übertragen ja die Gottesdienste auch jeden Sonntag um 10 Uhr. Fasching feiern bedeutet das Herz öffnen und den Frohsinn einlassen. Der Humor, denke ich, braucht uns nicht verloren gehen. Und ich danke allen, die sich jetzt auch um einen guten Fasching bemühen. Und bitte schön bleibt's daheim und haltet's Abstand. Und wenn wir nächstes Jahr wieder miteinander am Dorfplatz feiern können, dann darf die mich sackrisch freuen. Eine gute Zeit. Für den.